Jetzt haben wir zum einen Oliven bestellt und einmal haben wir dann noch Eros de Merisca bestellt. Die Oliven hat Annette alleine gegessen, bis auf eine. Und damit das dann fair ist, das eine Oliven habe ich gegessen, kriegt sie jetzt einen Schrimp. So, bitte schön. Ja, ich muss alles gerecht zugehen. Und ja, da werde ich satt. Es sind mehr Muscheln drin als letztes Mal. Oder mehr Schaden. Es ist sehr schön und sehr frisch. Ja, wir lieben es. Jetzt zu allem werden sie begeistert sein. Das ist jetzt eine Miesmuschel. Die heißt nicht so, weil sie so schmeckt. Sondern? Weiß ich nicht. Finde mal. Ich esse meine. Ja, ja. Was ist nicht so, was wir? Ja, was ist nicht so. Ja, wir haben uns das schimpelte. Schöne Das war's für heute.